Du musst neben mich fahren, Kev, ich starte mit mir. Ja, los! Ach, der Timer beginnt! Go, go! Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Einfach los, ich bin hinter dir. So, ich steh neben mir. Ich muss dich sehen. Drei, zwei, ein, los! Hallo, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren und tollen GTA Online Action. Und ihr seht schon, wir cruisen hier am Pier nicht mit den Longboards, sondern mit den BMXs, sammelt Dena. Yo, yo! BMXs, yo! Yo, wir cruisen im Truck! Du hast ihn umgeschmissen! Ich und meine Crew fahren in deine Stadt! Also, ja, was machst du denn da hinten? Ich bin über den rübergesprungen, ist doch so. Also, bleib cool, mach Platz, hier, kommt! Dena, du musst tricksen, ey! Ey, P-M-F-K-F! Wozu hast du? D-N-E-R! Wie bitte, was? Du musst tricksen, wir sind hier eine Zwei-Mann-Straßengang und wenn wir in der Hood sind... Okay, guck, ich fahr rückwärts, pass auf! Dann machen wir Ärger! Oh, der kann nicht rückwärts fahren, der dreht sich immer wieder um! Die wissen, dass wenn wir kommen, Ärger ist! Oh, ich kann nicht rückwärts fahren! Das Ärger ist, Baby! Wow, was machst du? Da gegen die Autos! Ja, wir haben heute wieder eine Challenge für euch vorbereitet! Ja, eine coole Challenge sogar, schöner Vorschlag! Und, von wem kam der Vorschlag beim Zuschauer wieder? Auf deiner Seite! Auf meiner Seite? Oh, gut, das sind wir ändern! Jetzt weiß ich wieder, ich hab gerade vor der Aufnahme gesagt, nee, warte, irgendwas wollte ich noch öffnen! Ich weiß aber, was ich öffnen wollte! Den Screenshot-Ordner wollte ich nämlich öffnen! Damit ich euch sagen kann, wer uns das vorgeschlagen hat! So, ja? Yo! So, Kommentare! Ich hab dich umgestoßen! Aua, das tut mir... Alter, wie geil das in meiner Aufnahme aussah! Ich hab dich wirklich mit dem Hinterreifen erwischen, bloß wirklich komplett mit dem Rad einmal so rumgedreht! Das ist einfach nur weh! Ich find's nicht gut, wenn auf meine Kosten sowas passiert! Aua! Los, such jetzt! Boah, Alter, ich kann das nicht lesen! Ich hab den Screenshot aus einer niedrigen, äh, äh, Auflösung und bla, leider gemacht! Noo! Und kann das dementsprechend gar nicht lesen, auch wenn ich das eigentlich lesen möchte! Was tust du denn hier eigentlich, ja? Alter, ich hab dich nur kurz berührt! Mit B am Anfang, ja? Das ist ein sehr schwerer Name, aber danke auf jeden Fall für deinen Vorschlag! Nächstes Mal dieses Jahr wieder den ganzen Namen vor! Ey, Dena, ich hab dich grad nur kurz berührt und du hast so einen Bug-Boost bekommen! Ja, ja, du machst immer fiese Sachen mit dir! Wir wollen jetzt gar nicht so viel rumlabern am Anfang, sondern die Challenge starten, ja? Erzähl, wie die Challenge ist, mein Freund! Wir fahren hier, komm schon mal her, komm schon mal zu mir! Wir fahren auf der Autobahn, fahren wir als Geisterfahrer mit dem Fahrrad und wir dürfen unsere Spur nicht verlassen, ja? Wir dürfen die Spur nicht verlassen und wir müssen über alle Autos, müssen wir rüberspringen! Wir dürfen nicht an der Seite vorbeifahren von dem Auto! Einzige Ausnahme sind LKWs, weil über die kann man nicht rüberspringen, dann darf man so leicht auf die Seite rum, was auch geht, wenn man nämlich z.B. von einem Auto, es kann es sein, dass man so schräg erwischt wird und dann wegfliegt oder was weiß ich was da, dann, wenn man weggeflogen ist, na gut, da kann man nichts für, dann muss man sich halt einfach wieder in Position bringen und ansonsten... Ja, dann muss man sofort, so schnell, es geht halt wieder zurück auf die Straße. Leute, ich bin jetzt hier eingekeilt und neuer. Auf welche wollen wir um die Richtung, um die Stadt rum oder wollen wir jetzt durch die Stadt durchfahren? Durch die Stadt durch! Ja, würde ich auch sagen. Ich muss ja erstmal auf die richtige Seite kommen. Weil, äh, äh, verloren hat der, der zuerst dreimal runtergefallen ist vom Kommenfall. Oder stirbt! Sterben ist ja runterfallen. Oder sterben insgesamt, achso, wenn man einmal stirbt, ist auch direkt vorbei. Ich meine, wer komplett schwirbt, der ist vorbei, oder wenn man dreimal runtergefallen ist. Alter, du bist auf der falschen Spur, mein Freund. Ja, das ist doch Sinn, der Challenge. Lol. Bist du runtergefallen? Ne, du warst grad auf der Hinspürspur und ich war auf der... So. Meine Freunde. Oh. Ich würde sagen, wir legen hier einfach los. Goddamit. Und ansonsten, wir sagen, das Ganze war 15 Minuten lang. Willst du hier einen Timer machen? Ähm... Wer braucht dann einen Timer? Okay. Und danach schauen wir einfach sozusagen, ähm, wenn es wirklich sein soll, dass keiner von uns runterfällt, dann, das glaube ich nicht. Aber, kennt, könnte ja sein. Dann gilt halt unentschieden. Ah, okay, Kev. Wie viele Fahrer da in der Stadt sind? Kev, du hast die Spur, ich hab die Spur hier. Ja, und wenn die zusammenlaufen, dann halt die zusammen, ne? Kev, der Timer, der Timer beginnt. Aua! Bist du, du musst neben mich fahren, Kev. Wir starten hier so. Ja, los! Ach, der Timer beginnt. Go, go. Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Einfach los, ich bin hinter dir. So, ich steh, ich steh neben mir. Ich muss dich sehen. Drei, zwei, ein, läuft! Wir machen Kackeiern, Alter! So, jetzt aber. So, ich fahr jetzt schon. Nee, Kev, bleib doch stehen, wir wollten nebeneinander starten. Hä? Du wolltest das, ich will nicht mit dir starten. So, drei, zwei, eins, go! Du bist da vorbeigefahren. Los, Kev, go! Nein! Runtergefallen? Der Erste hat mich direkt weggerammt. Und du bist runtergefallen? Ja. Ja, Kev, das ist der Erste tot von dir. Ja, Kev, das ist der Erste tot von dir. Kackeiern, Alter, an dem fahr ich vorbei, so. So. Kev hat nur noch zwei Leben. Bei mir ist so ein Stau, Alter. Wow! Springst du über jeden Wagen rüber? Wow, ich bin fast gestiegen. Ich bin fast gestorben. Lol. Ich hab auch einen verloren. Wo ist mein Bike? Über den muss ich, Wester, Mensch, ich muss da rüber. Das geht gar nicht. Alter, mein Fahrt ist auch richtig weit weg. Ich muss hier rüber. Alter, Schwede. Ich fahr schon mal weiter. Alter. Ich hab gar nicht genug Sprungkraft. Ich fahr wieder auf die normale Seite, so. Ich hab gar nicht genug Sprungkraft, um da rüber zu spielen. Oh nein! Oh! Hauptsache, die steigen aus. Die Gang macht Ärger. Die Gang macht Ärger, Baby. Wow! Wow! Ich bin schon im Tunnel. Einer nach dem anderen. Wo bist du? Ja, bei mir kommen viel mehr Autos als bei dir. Oh, mi, 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 mi. Bei mir kommt gar kein Auto. Ich kann einfach fahren. Aber ich stehe 2-2, also ne Beide und noch zwei legen. Bei mir kommen die ganzen, ja, wie der Gas gibt. Bei mir kommen die ganzen schnell. Oh, scheiße, die kommen richtig schnell. Ah, der hat gebremst. Die bremsen bei mir, weil ich bin VIP. Oh, ich bin schon wieder fast gestorben, weil da kamen zwei Autos direkt hintereinander. Ja, bin runtergefallen. Ich muss gerade aufpassen. Wow, ich hab zwei Autos auf einmal. So, runtergefallen. Genau neben dir. Aber ich bin, aber zwei Autos auf einmal geschafft. Mit einem Sprung, Dehner. Oh, ich bin an einem vorbeigesprungen. Aber nur, weil ich bin, ich konnte nicht so schnell. Ja, das ist kein Problem. So, ich bin wieder auf meiner Spur. Oh, oh, zwei. Nebeneinander. Nein. Tot. David, ich hab die Challenge gemacht. Aber tot. Nur nicht mal runtergefallen. Einfach tot. Zwei Autos hintereinander ist das Todesurteil. Ich bin nicht gestorben. Ich bin jetzt dreimal runtergefallen. Ey, ich hätte nicht gedacht, wollen wir auf fünf auftrunken? Ich weiß ja nicht. Ich meine, die Challenge gibt es fünf Minuten. Ähm, wollen wir drei Tode machen? Können wir machen. Okay, drei Tode. Los geht's, ich fahr weiter. Hast du ein Fahrrad? Ich bin jetzt da drüber. Ich weiß gar nicht, wie ich da runterkomme. Ich fahr einfach weiter. Wobei, weißt du was, Dehner? Wir können spaßeshalber weitermachen. Ich geb mich geschlagen. Okay. Weil es ist fair, wir haben das damals gesagt, es ist unfair, nachträglich zu sagen, komm, wir ändern das doch. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Da muss ich meinen Hut vorziehen, Dehner hat gewonnen. Dehner hat gewonnen. Ja, läuft bei mir. Hier erstmal, hier ist Los Santos Burger. Ich glaube, man stirbt gar nicht so schnell. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Es ist nur, wenn du zwei Autos hintereinander kommen, die beide schnell sind. Ja, ja. Ich hab beim ersten Mal, hab ich die beiden Autos übersprungen. Und die nächsten beiden Autos, die dann direkt dahinter kamen, war mein Sprung zu kurz. Bin über das erste rüber. Und dann direkt mit dem Hinterreifen auf das zweite und bam, bin ich direkt weg gewesen. So. Directly back. Oh, ich fahr einfach über die Autobahn, über jedes schnelle Autos rüber. Die halten alle bei mir an, weil ich bin VIP. Was los? Lol. Bei mir ist richtig Terror-Mucke. Richtig Rockmusik. Die Polizei kann mir gar nichts. Also, diese Challenge ist auch mega simpel, aber Hammer. Also, ich find's cool, wenn ihr sowas vorschlagt. Bin jetzt auch fast gestorben. Juhu. Ja, komm her, ich will neben dir fahren. Hallo, ich hab mich verfolgt Polizei, ich bin in einem Auto. Oder bist du noch? Wieso verfolgt dich Polizei? Was hast du getan? Ja, hallo, ich bin extrem weit weggespawned. Und dann? Und dann musstest du schießen, oder was? Ne, und Simolyon möchte das Fahrzeug haben direkt zuerst. Ach so, ja gut. Das ist der einzige Grund, den ich akzeptiere. So, soll ich aber zu dir fahren mit dem Auto? Ja, du hast ja auch kein Bike. Das Fahrrad hab ich jetzt. Ja, ich bin am Fahrrad jetzt. Hm, fahr zu mir, dann fahr ich zu dir. Ja, aber die Bullen, ich bin im Tunnel und die Bullen, die holen mich hier. Ja, dann musst du halt über die Bullen springen. Höher der Schwierigkeit ist grad, mein Lieber. Alter. Lol, die sehen mich nicht. Haha, ich bin mit dem Fahrrad an denen vorbeigefahren. Und, lol, denen. Ich bin mit dem Fahrrad an den Bullen vorbeigefahren. Und dann hab ich die Sterne verloren, nachdem ich an denen vorbeigefahren bin. Das heißt, die haben mich nicht gesehen. Die Chakos. Geil. Hab ich kein Fahrrad nicht? Deswegen fahren die nicht beim Bullen vorbeigehen. Ah, weißt du was? Les hat mir grad gesagt, wenn ich das nicht tue, dann wird er mir das nie vergessen oder so eine Art. Was denn? Achso, nee, wenn ich es tue, wird es mir nie vergessen. Und ich brauch halt jemanden, der mir da ein bisschen was hilft. Wo bist du denn? Achso, Mission. Und deswegen mach ich die. Ich lad dich aber ein. Vielleicht kannst du ja mitmachen. Ja, das ist... Oh, Madiweather. Nein, für euch hab ich jetzt keine Zeit. Ich hab dich eingeladen. Alles klar, ich seh das hier. Das ist... Oh, nicht Ron, sondern Dana Young. Ja, ja. Alter, deine 27. Einladung an mich. Geilo. Was? Nee, ich bin Level 27. Oh, stimmt. Man, wie stand das so? Okay. Munition für alle kaufen? Niemals. Oh, doch bitte, kaufe mich. Nein, das kostet mich 38.000. So, und seid natürlich auch auf Twitter und Facebook aktiv, denn wir haben hier zum Beispiel heute bei Twitter gepostet, dass unsere beiden Clans sich bereithalten sollen, weil wir alle einladen, wenn wir solche... Einmal der Kev-Clan, einmal der Dena-Clan. Genau, Dena-Clan ist noch sogar mehr frei, weil Dena den neu machen muss, weil einfach so ein Clan weg war auf einmal. Ciao. Und deswegen ist jetzt, wir können ja da alle beitreten. Und jetzt hier die beiden, einmal der XX-Ani-XX-03 und der Crazy-Crazy-01-01. Wie starten Sie das Spiel? Diese Mission mitmachen, der Unterlagen-Überflieger. Was ist das hier? Du musst mir noch einen Gefallen tun, ein paar Dokumente. Irgendwann sind Hubschrauber, wir müssen irgendwas dran, also. Mir ist gar nützlich werden. Sollen den Besitzer wechseln. Pläne von Sicherheitsservern. Das hört sich nach bösen Machenschaften an. Nach Lesnar eigentlich. Ja, und deswegen ist auch von der... Hä, wieso starte ich denn hier? Mit meinem Bike? Wieso hat er einen Raketenwerfer? Wieso starten wir hier mit Bikes? Der eine hat sein Auto, ich steig ins Auto ein. Der eine hat Raketenwerfer. Oh, warte, stopp, wartet auf mich. Nee, nur zwei Sitzer. Scheiße, warte du. Komisches Auto hier. Jetzt fährt mein Fahrrad kaputt. Hey. Das hab ich alles reifend. Ich brauch ein Auto, ich brauch ein Auto, verdammt. Ich hab da erst... Ey, fährt dein Fahrrad auch kaputt. Wir haben erst frisch die Reifen aufgepumpt. Verdammt. So, ich brauch ein Auto, jetzt sag ich eins. So, alles klar. Wir müssen den Aktenkoffer stehlen. Er muss zum Aktenkoffer, mein Freund. Und wir müssen das irgendwie zusammen machen, ja? Und eine Autobahn runter. Wahrscheinlich sind da irgendwie ein paar fiese Leute, die das nicht wollen, dass wir den Aktenkoffer uns irgendwie holen und deswegen müssen wir aufpassen. Wo hast du gesehen, dass es mit Hubschraubern sein soll? Ja, da stand da in der Beschreibung, die du auch vorgelesen hast. Du bist nur nicht bis dahin gelangt, weil du nicht so schnell gelesen hast. Käpt' das ja immer in der Schule auch, ja, ja. Ich lese langsam und Dena beleidigt mich deswegen. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Ja oder nein? Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Jetzt darfst du aber nicht die Zuschauer beeinflussen. Ich denke schon, dass es in Ordnung ist. Na, Lese-Schwäche. Man darf ja auch nicht über einen körperlich Eingeschränkten lachen. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall metzeln. So, uh, sind da welche? Ja. Wo? Oh. Ich hab nichts damit zu tun. Schießt alle auf den. Aber ich hab nichts damit zu tun. Go, go, go. Äh, wo müssen wir denn hoch? Irgendwo hier müssen wir hoch. Es muss ja eine Treppe geben. Spring hier runter einfach. Ja. Perfekt. Äh, ich kann gar nicht springen aus so einem Grund. Du musst hochgehen. Ja, vielleicht hier, wo ich bin. Hier, wo ich in die Kammern hochgehen. Wir sind runtergesprungen. Äh, aber das steht doch hoch. Ich weiß. Los. Kommt, meine Freunde. Hier. Auf geht's, Leute. Klettern ist angesagt. Ja, warte, Dena. Du musst auf uns warten. Wir sind ein Team. Nein, nein, nein. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Schneller, komm, nein. Schneller, schneller, rennen alle. Nee, das sagt mir nichts. Okay, ich bin oben. Oh, es geht, glaube ich, noch weiter. Ich bin immer noch. Da kann man gar nicht hochklettern. Doch, doch. Hier, jetzt hör. Hier beim gelben Mensch. Wo ich bin. Das ist doch nicht so schwer zu finden. Geht dahin, wo mein Punkt ist. Hö, bist du? Wir sehen da nichts. Da, wo mein Punkt ist. Ihr seid nicht bei meinem Punkt. Bist du immer noch auf der Leiter, oder was? Ja. Ihr seid doch nicht bei meinem Punkt. Geht zu meinem Punkt, wie ich euch gesagt habe. Geht genau zu meinem Punkt. Da ist eine Leiter. Ihr geht immer noch nichts auf meinen Punkt. Ich sehe es doch auf der Minimaxe. Doch, ich gehe zum gelben, gehe ich. Nee, aber zum, 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 ich weiß nicht, ob ich gelb bin. Der eine ist gelb. Der eine hat den gelben umrandet und dann gehe ich gerade hin. Wieso soll ich gelb sein? Du hast gerade gesagt zum gelben. Einer ist gerade bei mir. Du hast doch gerade gesagt zum gelben. Zum gelben Turm. Ach so, ich laufe gerade zum Punkt mit den gelben umrandet und das ist ein anderer. Das ist so in der Mitte von dem ganzen Ding. Oh Mann, du hast mir voll die Fehlinformationen. Nee, ich habe gesagt zum gelben Turm, mein lieber. Gelb. Vielleicht war jetzt irgendwas gelb. Gut, da bin ich jetzt so. Wir sind bald klettern musste. Ja, ja, ich sehe auch, dass jemand da ist. Jetzt habt ihr es gecheckt. Das geht sehr, sehr hoch. Da muss doch schwindelfrei sein. Weißt du was? Ich glaube, es gibt einen Aufzug. Aber egal, ich laufe jetzt hier. Ich habe jetzt schon einen großen Teil geschafft. Wobei, die haben gesagt, klau den Helikopter. Deswegen stand da was für ein Helikopter. Ach so. Aber wir laufen, ich laufe einfach. Wusstest du, dass man schnell klettern kann? Ich muss einmal kurz ein Selfie machen, weil es ist so schön hier oben, weißt du. Ja. Wusstest du, dass man schnell klettern kann? Ähm, ja. So wie man sprintet halt, ne? So. Oh, komm mal. Das habe ich erst neulich rausgefuckt. I'm on top of the world, Leute. Warte, warte. Ich brauche noch einen Filter haben. Warte, schönen Filter. Oh, oh, oh. Warte noch auf mich, Freunde. Ja, so schön, so schön. Instagram? Machst du wirklich Instagram und Twitter? Instagram-Twitter? Nein, ich meine Hipstagram. Oder wie das hier heißt. Hipstagram? So, und Tiefenschärfe noch mit A, B. Ah, ne. Man muss ja schon die Stadt sehen im Hintergrund. Yeah. Das ist ein schönes Foto geworden. Das sieht richtig gut aus. Das Foto sieht richtig gut aus. Das Foto sieht richtig gut aus. Da ist mir richtig was gelungen. Jena ist ein richtiger Experte, Schnexperte, was Foto angeht. Ja, ja. Kann man auf meinem Instagram erkannt sehen. Das sind nur tolle Bilder und keine, und sind auch keine komischen Leute aus sich selbst. Und bei mir sind Bilder, wo ich ne Orange kaputt schneide und mir so als Dracula-Zähne in den Mund lege. Ach, das war ne Orange? Ich hab mich schon gewundert, was das ist. Ja, aber manche haben geschrieben, ja, ist das ne Vaseline? Was zum Henker? Ist das irgendein Kunststoff? Was war ne Orange? So macht man das. Oh, guck mal. Der eine war schlau und hat sich ein Heli geholt. Mann. Wer soll das nicht machen ohne uns? Warte, ich komme doch. Der hat sich ein Heli geklaut. Der hat sich einfach ein Heli geklaut. Das ist echt schlau und wir klettern hier einfach ganze Zeit. Und der schießt mit dem Heli auch direkt die Sachen da kaputt. Und wir laufen hier einfach hoch. Null Gold. Null Skil. Aber dafür hab ich ein cooles Instagram-Foto gemacht. Und ich kletter immer noch. Und vor allem, wie hoch man klettern muss, kann man auch im normalen Modus so hochklettern? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ich glaub schon. Ich bin jetzt hier, hab ich erst fast geschafft, ich hab's fast geschafft. Oh mein Gott, du kletterst ja auch die ganze Zeit und bist ja schon viel länger am Klettern als ich, ne? Ich hab zwischendurch auch Instagram-Bilder gemacht. Und ich höre dort Explosionen. Ja, ja, höre ich auch, der schießt da oben schon fleißig. Wir machen einfach gar nicht. Ich kletter einfach schon ein paar. Und dann stößt er ab und dann sind wir trotzdem erst nicht da sind. Aber wir haben dann nicht mehr so viele Gegner. So, oh, lass nicht koch. Oder sobald ich oben bin, wenn ich einfach abgeschossen bin, bin tot. Das ist gelohnt, die Kletterreihe. Ja, ja. Aber dann ist für euch gut, weil ihr könnt ja, da kommt ihr erst danach. Okay. Oh, so langsam halt gleich hab ich... Oh, ich hab Sichtkontakt, die schießt auf mich, die schießt auf mich, ich werd sterben, ich werd sterben. Oh nein. Sichtkontakt, wie bist du denn da schon oben? Hä? Ich bin auch, ich bin immer noch am Klettern nach oben. Ich bin auch noch am Klettern. Ich bin auf der Leite, aber die sehen mich schon. Alto Belli. Oh. Also. Ich bin schon über den, ich bin über den. Ich bin zu hoch. Ich bin zu hoch. Ja, das war der falsche Weg, ne? Scheiße. Ja, das war der falsche Weg. Ja, also man kann da runter, man kann da runter springen, aber wenn man da springen... So, ich werd abgeschossen. Ja, siehst du, dann bist du da, wo ich grad war. Ja, da blockt mich jemand. Ich bin jetzt oben. Hab ich, hab ich einen Fallschirm? Ich hab einen Fallschirm. Mit etwas Glück, Kev, kann man mit einem Fallschirm hier runterspringen. Der eine hat mich fast geblockt. Unser eigener Teammate hat mich geblockt. Los, kletter hoch, mein Freund. Scheiße, okay, ich riskiere es jetzt gleich. Ich werd's auch machen. Aber vielleicht kann ich auch noch von hier oben Leute killen. Oh Gott. Ist das hier ganz oben schon? Deine ist gestorben. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Und der Kuss dann zu heißt das, ne? Scheiße, ja, soll ich warten auf euch? Ja, ja, wenn man tot ist, ist man tot. Ja, okay, ich bin auch ganz oben. Wie lange braucht ihr noch? Ich bin oben. Ganz oben? Ja. Komm her, gelaufen. Ich bin ja am Ende vom Ausleger. Hier, bist du das? Achso, nee, das ist ein anderer. Ich bin aber jetzt auch gleich da. Okay. Oh, die springt runter, die springt runter mit Fallschirm im Mund. Die scheint es zu schaffen. Hallo, hoch. Sie hat's geschafft, sie hat's geschafft. Warte, ich komm zu dir. Schnell, wir müssen schnell zusammenspringen, sonst macht die alles ohne uns. Okay, hier gibt's noch eine Leiter. Hä? Ja. Bist du da? Hier oben. Wo? Ach, da oben? Ja, hier oben jetzt, auf dem Turm. Und hier spring ich. Und da schaffst du. Okay, ich bin von hier. Geronimo. Oh, okay, ich hab's auch geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Nein, nein. Du bist runtergefallen. Cass, was hast du getan? Ich mach den Stern. Ich mach den Stern. Die ganze. Oh nein. Oh Mann. Oh scheiße, jetzt bin ich komplett alleine. Kannst du mich beobachten? Nee, die andere. Einer lebt noch, einer lebt noch. Der andere ist auch noch. Kannst du mich beobachten? Ja. Ich glaub, lang darf es nicht. Oh, da unten sind ein paar. Wie man jetzt töten muss. Ich beobachte dich doch. Oh, der andere ist jetzt nicht alleine. Oh, oh, du musst es regeln. Ich bin ja komplett alleine, einfach. Hä, aber ich verstehe nicht, wie dieses Teil noch höher sein kann, das Ziel, weißt du? Nee, du musst in den Heli einsteigen. Ja, das Ziel ist jetzt drunter. Das Ziel ist drunter. Ich stehe, das Ding ist, das Ding ist genau hier drunter, weißt du? Das Ding ist genau hier drunter. Mach die von der Seite kaputt. Aber, da sind halt auch die Menschen da. Eben, ich muss jetzt einfach reinballern. Das schaffst du schon. Oh, ich hoffe. Hast du Raketen? Ja, ja, aber ich glaub, die kann ich einfach so schießen, oder? Kann nicht? Oh doch. Nein, Vorsicht. Aber die leben noch, ne? Glaub schon. Warte, ich kann die Ansicht wechseln. Ich kann die Ansicht ein bisschen wechseln. Oh, aber es ist gefährlich, weil dann sieht man einfach nichts mehr. Schuss. Schuss. Ja, huah. Ah, das ist mit der Ansicht komisch. Da kann ich gar nicht zählen. Vorsicht vor dir. Weil das Zielkurs ist mir wirklich komisch. Ich glaub, ich aber, huah. Auf welcher Etage sind die? Hier, hier, ganz unten, ganz unten. Ganz unten, rechts. Ja, ja, das ist es. Einmal eine Pakete rein. Okay. Ja, rechts weiter. Ach doch, der visiert an, der visiert an. Manchmal, wie sieht der welche an? Muss er nur höher gehen. Oh mein Gott. Jetzt. Oh, der visiert an, der visiert an, wenn man ein bisschen Glück hat. Oh, Maschinen, so ein bisschen. Ich glaub, du musst die Seite wechseln. Wechsel mal die Seite. Mach ich. Weil die, weil die wahrscheinlich... Oh, okay. Oh, okay. Oh, oh, gerade eben hat der aber anvisiert. Läu? Ach so ein bisschen weg vielleicht. Gerade Bildschirm bei mir. Oh? Ist gleich die Zeit vorbei? Gerade Bildschirm. Und da ist Polizei. Okay, ich hab grad nochmal XP bekommen. Was ist das denn? Hä? Hä? Der Aktenkoffer wurde zerstört. Ich bin dumm. Wir sind zerstört. Deswegen ist es zu Ende. Nein. 200 Dollar für nichts. Oh, aber es hat sich gelohnt, weil ich hab ein schönes Selfie gemacht. Oh Mann, Alter. Das war eine Mission. Leute, gebt dem Ganzen trotzdem einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den sozialen Netzwerken einfach vorbei. Wir haben es erwähnt. Twitter, Facebook, Instagram. Alles natürlich am Start bei uns beiden. Links wie immer in der Beschreibung. Ansonsten schaut natürlich auch bei den auch vorbei. Link wie immer auch in der Beschreibung. Und wenn ihr weitere Challenges habt oder schöne Spielelisten, dann gerne damit auch nicht in die Beschreibung, sondern Kommentare. Und dann für die einfach was sagen. Sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Bleibt geilo. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.